Für Gott, für Öl, für Geld Während wir hier stehen und friedlich demonstrieren, dass wir nicht die Hoffnung und die Zuversicht verlieren, werden irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Menschen geschlagen, gefoltert, vor Gericht gestellt, erniedrigt und getreten, mit vorgehaltener Waffe zum Verhör gebeten, abgeführt, an die Wand gestellt, immer für Gott, für Öl und für Geld. Während wir hier stehen und deutlich machen, wir lassen uns nicht zu Mittätern machen, werden irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Mittel bewilligt, Gelder bereitgestellt, Waffen entwickelt, Pläne gemacht, für mehr Effizienz, in der nächsten Schlacht, werden Menschen verplant, aufs Schachbrett gestellt, immer für Gott, für Öl und für Geld. Während wir hier stehen und der Opfer gedenken, der Rache, dem Hass keinen Gedanken schenken, sitzen irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Menschen, die nur eines am Leben hält, von Hass getrieben, von Rache beseelt, für die nur ein einziger Gedanke zählt, schrauben Bomben zusammen, wollen sterben als Held, immer für Gott, für Öl und für Geld. Während wir hier stehen und andächtig schweigen, um so dieser Welt unseren Willen zu zeigen, werden irgendwo, das heißt auf dieser Welt, Menschen vor die wirkliche Wahl gestellt. Schieß oder stirb, Leben durch Tod, beende dein Elend durch das andere Not. Finde ich damit ab, darum dreht sich die Welt, immer um Gott, ums Öl und ums Geld.